Landesjugendprojektorchester Landesjugendprojektorchester Eifel ist hier und ich spiele zum ersten Mal mit der Big Band, also ich gehe mal durch, ich kenne die Jungs alle gar nicht, wir haben noch nicht geprobt, aber wir wollen mal einen kleinen Test machen, vielen Dank erstmal, so jetzt gucken wir mal, wer so alles da ist. Aha, es sind ein paar Herrschaften hier, Damen und Herren, ich fülle mir mal den Weg bahnen, schönen guten Tag, schön, dass ihr auch ein Leader von mir im Programm habt, da freue ich mich sehr, da ist ja auch schon der Dirigent, das boostet sich noch ein bisschen ein, Till Brönner ist es nicht, aber es ist der Christoph, hallo Christoph, hallo, schön, dass ihr heute mit Volker Rosin auch ein bisschen auf der Bühne steht, hallo, ich bin Volker Rosin, ich habe noch nie mit einem Blasorchester gespielt, aber schön, dass wir uns heute kennenlernen und ich bin ganz gespannt, wie es wird, also, äh, ich würde auch sagen, mal gucken, also mal, ich bin ganz gespannt, könnt ihr mal winken und mal hallo sagen? Hallo! Ja, ich bin's schon wieder, also, Also, ich bin gerade dabei und, äh, es wird gestimmt, also hört euch das mal an, hier. Okay, Feinz. Zu tief. Ist okay? Okay. Das ist besser. Ähm, Fini. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber klingt schon toll. Okay, weiter. Ende. Der Gorilla mit der Sonnenbrille. Oh la la. Tanz so gerne mit Silberöde. Oh la la. Bambu tanzel beide gerne. Oh la la. Aber zeigt mir, er die Sterne. Oh la la. Zählt euch Degorella an, wenn er Popo-Tanzet hat, wie er tanzt so elegant, Wütze-Bülle von der Hand. Zählt euch Degorella an, wenn er Mago-Tanzet hat, wie er tanzt so elegant, Wütze-Bülle von der Hand. So, hier sind wir jetzt mal wieder mit den jungen Leuten vom Orchester. Jungen Leute, die jungen Leute sind hier. Ja, habt ihr denn Spaß auf Wälder-Bülle von der Hand zu spielen? Das sind ja auch ganz junge Leute da. Und was bedeutet es denn, so Kinderlieder zu spielen? Normalerweise spielt ihr ja wahrscheinlich was ganz anderes. Ist das mal okay? Macht Spaß und gute Räume. Kennet ihr wie die Halle. Okay. Wenn es dann richtig rockt, ist das super. Ja. Und du bist der Drummer? Ich bin der Bassist. Der Bassist, und wieso steht da Drummer? Weil ich im Projektorchester als Drummer angefangen habe. Und dann hochgearbeitet. Also die Drummer sind die ganz hinten. Und die Bassisten haben dann mehrere. Genau. Sehr schön. Viel Spaß gleich. Also wir werden das alles filmen. Und ich denke mal, wir werden gemeinsam sehr viel Spaß haben. Ja! Hallo Freunde, wollt ihr tanzen? Ja! Okay, ich zeig euch jetzt. Und komm aus der Stanzer. 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 Runter in die Hoppe. Und dann wieder drauf ein Schiff. Nach rechts. Nach links. Wir hören noch nicht auf. Ein Stück nach vorn. Zurück. Wir patschen auf die Knie. Nach rechts. Nach links. Und start. Okay. Die Hände zum Himmel. Und bildet kein Raus. Jetzt mal kräftig winkeln. Und klatschen. Ja, klar. Jetzt der Hände kommt. Wir drehen uns im Stanz. Lass den Augen gehen. Und start. Wir klatschen. Wir klatschen. Wir klatschen. Wir klatschen. Komm aus der Stanzer. Für die Freizeitheit. Wir klatschen. Wir klatschen. Komm zur Lange. Komm zur Lange. Komm zur Lange. Komm zur Lange. Wir klatschen. Wir klatschen. Oh. Komm zur Lange. 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 Jetzt geht eure Hüfte. Und steht auf meinem Bein. Lass die Hüfte kreisen. Genau so muss es sein. Wir klatschen. Auf der Stelle. Hey, man, alle will. Dann stimmen wir. So wie es geht. Und start. Weiß er Bescheid. Und die Arme. Die Platte. Na wie mein Kanz. Dazu im Kreis zu drehen. Na klar. Eigentlich jeder kann's. Wir klatschen. Wir klatschen. Wir klatschen. Und dann wieder rein. Nach rechts. Nach links. Und start. Wir klatschen. 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 Gitar, tutsche! Untertitelung des ZDF für funk, 2017